Eine 13-Jährige ist vor einer Woche in Wien-Donau-Staat offenbar von mehreren anderen Mädchen angegriffen und verletzt worden. Zuvor dürfte es Drohungen gegen die Schülerin gegeben haben, bestätigte die Polizei. Nun wird wegen des Verdachtes der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung ermittelt. Am frühen Montagnachmittag vergangene Woche soll die Betroffene im Bereich der Breitenlehrstraße von zumindest drei jugendlichen Mädchen, deren Identitäten teilweise bekannt seien, so die Polizei, gestoßen, geschlagen und getreten worden seien. Das Mädchen klagte über Schmerzen im Gesicht und im Bereich des Oberkörpers, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Die 13-Jährige sei daraufhin begleitet von ihren Eltern in eine Polizeiinspektion gekommen, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Weiters wurde im Zusammenhang mit einer gefährlichen Drohung durch eine der Tatverdächtigen eine Anzeige eingebracht. Die Drohung soll schon einige Tage zuvor via Handy erfolgt sein. Medienberichten zufolge hätten die Angreiferinnen hinter Autos versteckt auf die 13-Jährige gewartet. Aus Angst vor den Schlägerinnen erwäge die Familie, dass das Opfer die Schule wechsle, hieß es.